Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Power Tennis. Wir spielen im Finale, ja fängt ja gut an, im Finale des Planeten Cups des Star-Turniers gegen Donkey Kong. Welcher mich in der letzten Folge, naja so ein bisschen getriggert hat will ich nicht unbedingt sagen, ähm Luigi, also Lucci, der hat mich richtig getriggert. Also wer die letzte Folge nicht gesehen hat, auf jeden Fall nachholen, Rage ist pur und auch mal den einen oder anderen, ähm, Kraftausdruck. So und Donkey Kong merkt, es geht in Richtung Ende des Matches, also legt auch er jetzt ordentlich los, ich merk's schon. Ja, Kollege, nicht mit mir. Es kann sein, ich will es jetzt schon mal ankündigen, dass ich gleich mitten in der Folge einfach so komplett random einen Cut machen muss. Denn ich muss jetzt gleich noch weg, oder ich will jetzt gleich noch weg. Und ja, ich cutte das natürlich für euch, ne, also keine Bange. Einfach, dass dann halt ein Cut entsteht, also nicht wundern. Ich glaube, ich sag dann auch nichts, ich pausiere einfach das Spiel und die Aufnahme und dann, wenn ich wiederkomme, ne, beende ich dann die Folge. Mal gucken. Vielleicht auch nicht. Vielleicht, ja. Es könnte auch sein, dass ich, äh, das Match hier beende und dann schon mal einen Cut mache. Damit es nicht so ganz random ist. Das könnte auch passieren. Viel trinken ist wichtig, Leute. Ja, das erleichtert einem das Leben um einiges. Glaubt es mir. Trinkt viel. Glaubt es mir. Danke, danke, Spiel. Danke, Spiel, dass du mir jetzt das Gefühl gibst, dass das eine falsche Aussage war. Oder etwas Böses für die Menschheit. Danke. Finde ich gut. Dankeschön. Sorry, ich liebe die Musik. So, voll in den Oberarm. Wie es sich gehört. Ah, nicht so hoch, dann können die schmettern. Fly Guy, bitte nicht so hoch. Ja, so ist besser, dann können sie wenigstens nicht schmettern. Ja, haha. Du Drecksack. Guck ihn euch an, was der schon wieder... Ja. Kleiner Strich, ja. Oh, Satzball. Wichtig, wichtig. Wichtig. Bitte, falsche Seite. Oh, ich dachte, er schlägt nach links. Also von sich aus gesehen rechts. Mist, ey. Alter, was war das? War schon wieder sch... Alter, wow. Was war das schon wieder für ein Slice? Einmal... Wow. So, Spiel und Satz, das ist gut. Das heißt, ich speichere mal einen ganz kurz. Weil, das war wichtig. Jesus. Please. Give it to me. Da, 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 da. Nicht so hoch. Ich hab da immer Angst, dass die schmettern. Ja, genau so. Ja. Slice ihn weg. Boah, der war fast im Aus gewesen. Junge, 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 Junge. Ah, den kriegt er jetzt, ne? Weil er wieder direkt zu ihm spielt, ne? Ja, das war klar. Oh! Oho, oho, oho! Ja, das war zu tief. Ba-ba-ba-da-ba-bu-ba-b-ba-b-b-b-s-in-da-pein. Me, geht's gut, keine Sorge. Oh, schöner Schlag. Ich hab meinen Powerball nicht voll. Joa! Boah, boah, boah! Nein! Alter, warum tanzte denn auch da rum? Ja, weil ich zu viel geschüttelt habe, aber pscht. Ich schüttel halt gerne. Das war die Strafe. Ey, ich bin... Ja... Ha... Oh, warte, warte! Jetzt... Mach doch! Ich hab... Ah, Mensch! Ja, natürlich! Jetzt hat er... Ja! Ja, genau! Du Pissnelke! Beispiel! Es ist... Guckt euch das an! Da! Guckt euch das an! Hä? Ja... Ich mach eben kurz einen Cut. Ach, da seid ihr ja wieder! Guck, guck! Hm... Ich hab was gekauft. Space Invaders! Kenn ich nicht. Soll vom C64 sein. Hat mir mein Papa gesagt. Das muss stimmen. So! Ich bin wieder da. Sorry für den kurzen Cut. Ich kann... Ich kann einfach nebenbei essen. Ja. Ich kann nebenbei essen. Geil. Essen bei der Arbeit. Schalt. Mega. Fetter werden! Lalalala! Haha! Oh, kalt! Oh, kalt! Boah, du fetter Affe, ey! Sagt er hier! Hahaha! Geil! Kennt ihr das übrigens? Also, kennt ihr das? Dieses Space Invaders? Da drunter steht noch Gamer. Deswegen hab ich's mitgenommen. Für... Fünf Euro aus dem Kick, glaub ich. Ja. Ich weiß. Super. Ich kenn das nicht. Das hat mich erst an Pac-Man erinnert. Das gibt's doch nicht! Kleine Saftratte. Oh, warte's ab. Dich mach ich fertig. Kleine Läuse sortier ich. Nach Farbe. Größe. Und Stinkrate. Warte. Oh. Mein Mikro fängt an zu krisseln. Oh, ne, warte. Dann sieht man meinen Greenscreen. Dann musst du's so machen. Boah, das blendet ganz schön, ey. Scheiße. So, ich... Boah, das blendet. Hui! Ich darf da nicht so reingucken. Warte, das geht's also nicht. Aber ich kann essen. Was? Scheiße! Oh Mist, man sieht meinen Greenscreen. Das ist natürlich nicht in der Sache. Ah! Alter! Gib doch auf! Die schmecken gut. Wie oft willst du das noch machen? Ja, brechbar. Ich muss jetzt einen Punkt machen. Sonst gibt's einen Einstand. Und dann... Das will ich nicht. Ey, der muss sich den Ball nicht einmal holen. Es ist unglaublich. Warte, wir waren gerade bei... Warte, wir waren gerade bei... Muss mal ganz kurz gucken, wie... Wie lang der Cut gerade ging. Also, ich war da bei sieben Minuten. So, ich bin jetzt bei... Bei vier Minuten. Okay, das heißt, wir sind jetzt ungefähr bei elf bis zwölf Minuten. Das geht. Das ist in Ordnung. Mein Greenscreen, ey. Das geht gar nicht. Wir haben erst... Ey, wir haben erst kurz vor acht... Ja, ich hab ja noch gegessen und ja... Boah, hoppla. Huh, das war die Kohlensäure vom Bier. Aber ich finde das rote T-Shirt... Finde ich mega. Mega geil. Fehler. Ja, Familientalk. Doppelfehler. Doppelfehler. Ich... Krieg zu viel hier. Scheiß Doppelfehler hier. Steck dir das sonst wohl in. Wow. Boah. Okay, Konzentration. Oh, warte, warte, warte. Ich muss das nutzen. Ah, nein! Das war verschwendet. Nein! Das war verschwendet! Nein! Nein, nein! Ah, Mann! Nein! Ja, und das nutzt er jetzt natürlich voll aus! Aber ich hab gleich meinen Powerball wieder voll. Und er nicht. Rein in die Olga. Ja! So muss das. Und nicht anders. Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi Space Invaders! Ich kenn das nicht. Keine Ahnung, ob's da ein Theme gibt oder nicht. Sorry, ich hab keinen Popschutz. Boah, du bist so ein... Ja, Brechball, ja. Das tut's ganz gut. So. Ey, dass man da immer so... Boah, das wär eigentlich... Im Aus. Ja, okay. Wie sieht's aus? Ähä. Nicht gut. Oh. Ja. Also ich muss jetzt auf jeden Fall einen Satz machen. Also ein Spiel. Das hab ich verkackt. Wow. Hallo? Ich hab Minus gedrückt, dann hechtet man automatisch. Und bei Plus auch. Nicht nachmachen. Kommt nicht so gut. Aber wie er immer... Wie er immer seinen Powerball in den ungünstigsten Situationen nutzen kann. Ey, das ist nicht mehr normal. Wow. Spiel doch bis... Das ist doch nicht... Was? Bis dahin kann der springen? Du fetter Affe, ey. Pass auf, Junge. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Wow. Weiter nach hinten. Weiter nach hinten. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Und ich bin zu weit hinten am Netz. Sorry, ich bin Frustfresser. Ja. Du Stinker. Oh scheiße. Bi, 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 bi. Jetzt nach rechts. Jetzt nach rechts. Nein, 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 nein. Nein. Ja, wo? Vielleicht war das taktisch gesehen gar nicht so dumm. Komm, ich cheat ihn mir zurecht. Ich cheat ihn mir. Was? Ich hab ihn doch gekriegt. Nein. Spiel hast du. Fetter, du bist so. Alter, ich sag dir, ich. Du hast bestimmt solche fetten Läuse. Und isst sie wahrscheinlich zum Nachtisch. Ja. Ich kenn deine Geheimnisse, Donkey Kong. Was? Und schon wieder hab ich meinen Powerball nicht. Doch, ich hatte ihn. Aber ich hab zu spät gedrückt. Ich hab's nicht früh genug realisiert. Du bist so ein Dreckiger, ne? Was? Ja, natürlich. Was ist alles nicht wahr? Okay. Der entscheidende Tiebreak. Drei Minuten sind noch zu spielen. Flygeil schlägt. Lukas ist am Frust fressen. Alles wie immer. Geil. Punkt für mich. 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 Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich dachte, das heißt Netzwiederholung. Ich muss ans Netz. Jetzt passt auf. Sehr schön. Na, ich führe die fette Affe auf. Also nicht, dass ich was gegen Donkey Kong hätte, ne? Ich würde ihn nicht falsch verstehen. Ich mag den eigentlich. Ich hab noch nie in Donkey Kong gespielt. Also Donkey Kong Country oder irgendwas. Was? Ich hab, ich besitze auch nicht ein einziges. Doch, doch, doch. Tropical Freeze für Wii U. Leider. Das heißt leider. Ich, ganz ehrlich, auf diesen Funky Mode da in der Switch Edition, die, auf dem stehe ich eh nicht so. Irgendwann werde ich das auch mal als plane. Doch, bestimmt. So, Donkey Kong. Jetzt kommt, wow. Wir sind bei 22 Minuten. Nein. Ne, sind wir nicht. Ich laber scheiße. Alles gut. Ich hab ja einen Cut gemacht. Gleich ist die Packung leer. Wie bei Toffefi. Ich probiere mal. Packung leer. Jetzt mit Skill und mit... Oh, oh, scheiße. Hier fängt mein Greenscreen. Guck mal da. Da fängt mein Greenscreen schon an, rumzuspacken. Wir müssen zum Ende kommen. Es wird dunkel draußen. Auch wenn's erst 8 Uhr ist. Aber pfff. Es ist ja egal. Weißt du, tagsüber 20 Grad gefühlt. Aber abends um 8 Uhr dunkel. Macht mega viel Sinn. Gewonnen. Wuhu. Wuhu. Finale. Nee, bitte nicht. Die Daten möchte ich behalten. Als Erinnerung. Nee, die Credits tun wir uns jetzt nicht an. Das muss nicht sein. Babe ich irgendwas freigeschaltet? Ja, wir haben jetzt hier sowohl mit Mario als auch mit Flyguy alles. Ja. Dann ist es jetzt soweit. Ich glaube, ich werde jetzt eine Mario Power Tennis Folge machen. Äh, Folge. LOL. Haha. Pause. Das fällt mir schwer. Ich würde eigentlich noch ein bisschen gerne. Fakt ist, für diese Folge ist erstmal Schluss. Ihr werdet dann sehen, wie es weitergeht. Um 18 Uhr. Ja, wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Bis dann.